Hallo, hier ist wieder euer Erik, euer Tobi und der komische Max aus Berlin und mit Borderlands. Guten Tag! Hallo, ey! Hallöchen! Schweigen und schießen, schweigen und schießen! Schweigen und schießen, schweigen und schießen! Aber eure Munition, Freunde! Nicht da? Verdammt! Sieh nicht um! Die Infos müssen irgendwo sein! Wir brauchen noch drei Infos. Ach, guck mal, hier auf dem Klo ist noch eine Information. Was sind die Infos? Also, das ist ein Frauenklo, oder was ist hier los? Iiiiih. Nur noch ein paar Dinge im Vertrag, die wir klären sollten. Klausel 27. Komm mal rauf. Marley One erhält exklusive Rechte an aller eridianischen Technologie aus der Kammer. Blech. Einverstanden. Wunderbar. Einfach wunderbar. Und weiter. Interessant. Ich frage mich, ob Katagawa was Heikles über die Kalypsus hat. Wir könnten es veröffentlichen und ihr Bündnis mit Marley One zerschlagen. Vielleicht würde das Atlas auf die Sprünge helfen. Nicht, dass ich noch große Sprünge machen würde. Wo ist denn ihr? Laufen, laufen, laufen. Ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt lang müssen, ne? Aber ich... Ja, sie... Sah so interessant aus. Schacht. Geld, Geld, Geld. Ah. Schlumpf. Hier gibt's was, du mitnimmst. Na doch, wir mussten hier lang. Gesundheit. 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 Warum sagt er das? Ich weiß nicht. Vielleicht weil er welche gefunden hat. Ah, ja. Gut, aber nehmen sie ja nicht mal auf. Aber vielleicht brauchen andere die... Wo? Munition, Munition. Munition, Munition. Jump'n'Run, Jump'n'Run. Ah, das sind 97. Hm, Skelette im Lüftungsfach. Das riecht gut. Oh cool. Besuch! Graffiti aufm Mond. Oh, da komm ich noch nicht hoch. Hä? Bei den Kopf des Kammerjägers. Ich höre ihn aus und mach mir eine Tasse draus für meine Fahrze. Oh, Legs, Legs, Bikes gerade? Boah. Ja? Ja. Hatte ich gerade, ja. Geht's wieder? Ja, ja, geht, geht, geht. Also Framerate-Einbruch gerade. Ach, ich mag sie so gerne. Die Bikes. Juhu-Must schon was anbeten, was meine Familie will, Katagawa. Tötet den Kammer-Dieb und ihr verdient euch einen Platz neben mir, wenn wir die große Kammer öffnen. Oh, Bettes! Wir können die Kalypse so aufhalten. Alter. Bettes, Bettes, Bettes. Das ist nicht verloren. Doch. Noch mehr Bettes. Nein, mein Inventar ist voll. Boah, Alter, der hat eine Bess Stink-Wache da hingebaut. Ach du scheiße. Oh Gott, Bettes Stink is down? Oh Gott. Großes, Dickes, Frotzi. Wo, 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 wo? Hier aber ist gleich tot. Boah. Ich hab dich gefressen. Nice. Oh, okay. Oh, warte, da unten liegt hier was? Weiten Winter. Ah, ne, war nichts. Erstmal die Badass-Tink-Waffe. Äh, zack, zack. Da sei ne Scheiße hier. Toll. So. Boah, die waren doch echt fies. Na. Lebt noch niemand? Ach. Nein. Das war ne Menge. Heilige Möhre. Aber ein Spästchen. Oh nein, Inventar voll. Nein. Inventar voll. Ja, meins auch. Rip. Sag ich da. Ich mach voll viel Platz, was denn da los? Fang, bitte. Danke. 142, hab ich nicht irgendwas billiges? Ich find einfach nüch. Hat sich jetzt nicht so richtig gelungen. Ah, gut. 315. Nope. 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 42. Äh, was? Keine geheime Kiste. Boah. Boah, Alter. Wie am Arsch. Erik, nein. Ja. Ja. Tu, mach doch mal eins. Erik, das stand nur befristet ein Jahr in meinem Vertrag. Tut mir leid. Gleich vorbei. Ich hab nur siebenmal davon Gebrauch gemacht. War das die Woche, wo das Wasser abgestellt war bei euch? Da hab ich extra abgestellt. Ist da oben was drin, Tobi? Nein. Nö. Nischt. Ah, der Frank war da schon drin. Okay. Was ist das? Ja. Ach, kack, mein Inventar ist voll scheiße. Ja, das geh nicht. Das geh nicht. Da oben ist auch nix drauf. Keine Geheimnisse hier? Nee. Bietet sich so an irgendwie. Ja, ich dachte auch. Aber da ist nischt. Schaddi. Hier ist ne Waffenkiste. Jupp. Juhu. Oh. Wie wäre es mit deinem Lieblingsfeilfeindpark? Tausend. Oh. Oh. Laserfeuert in 3, 2, 1. Nein. Wasser. Keine Sorgeries. Auf der Sonara gibt es einen schwerelosen Lazy River für die Ewigkeit. Der Eintrittspreis ist Atlas. Ah. Wir müssen diesen Laser irgendwie deaktivieren. Okay. Lass mal was ausprobieren. Oh ne, jetzt probier ich gleich mal Feinden aus. So. Schön hier. Sehr schön. Geiles Brennwerk. Boah, das sieht nice aus da hinten. Ja. Bisschen aus wie in Duisburg, oder? Ne, dafür ist hier zu viel los. Achso. Autsch. Oh, da kann man reingehen. Alles klar. Ich geh mal rein. Oh, nicht jetzt, oder? Weg da. Oh, ich bin tot. Das klappt. Weg, 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 weg. Ich bin nämlich. Alles wieder gut. Aber kann man, muss man da reingehen, ne? Verzeih mich, glaub ich nicht. Oh, vielleicht, vielleicht schalten wir das irgendwie aus. Das ist ziemlich knapp, ja. Also wäre auf jeden Fall cooler als jetzt, glaub ich, ne? Das wäre ziemlich viel cooler als jetzt. Soll ich mal Coco von da rein kann? Das ist mal ein ganz neuer Vorschlag, Tobi. Du näherst Dich einer historischen Markierung von Typhon Deli. Ich sehe euch jetzt Gesundheit. Ersten Kammerjäger. Er ist vor Jahrzehnten auf der Suche nach der eridianischen Heimatwelt verschwunden. Ich suche alle... Booyah! Wie ist ab, ihr Düsen! Hä? Das hat sich mein Kopf besser angehört. Mal vergessen wir das. Aber hey! Das hat funktioniert! Düsen-P-Funktion in Sektor 35. Was zur Hölle ist hier los? Ich glaube, jetzt können wir rein. Ich wollte dem Atlas-Hauptpferd hier gerade einen Niro verpassen. Bring diese Düsen wieder zum Laufen! Sofort! Oh ja! Beseitige die Kultisten und dann weiter! Der Hintereingang der Einrichtung liegt gleich voraus! Hihi! Dann auf in den Hintereingang! Loch, Loch, Loch! Rein, Rein, Rein! Waffenküsse! Achso, war nur ne Waffenküsse. Besser als nix. 100... Okay, ist echt lau eigentlich. Ja, ich nehm hier auch nix mit. Schargi. Schrott, Schrott. Doppelschrott. Und das war's? Mehr gibt's hier nicht? Ja... Mhm. Aber dafür machen wir im Loch. Ja, ja gut, das stimmt. Und es war sehr geräumig. Ja, hatten wir alle Platz. Oh, Besuch da vorne. Was, was? Das sind die... Vanatiker. Fang! Boah, was? Boah, was? Alter! Wie der explodiert ist! Dieser Schacht ist unser Eingang. Du musst nur den Hebel zum Entriegeln finden. Toll. Boah, die ist echt nice. Wer hat sich zum Fressen gar. Oh, Mist! Vorsicht! Halt die Catcher! Woa... Woa... Hier gibt'n Sniper, der nicht ganz unnützt ist. Streckt euch doch wenigstens an! Der Staub ist圍! Alter! Bubi, komm zu dir. Alles gut. du stehst wieder stehen ganz viele ja die kommen immer nachgeschütteln ich kann da noch ob ich habe ich stehe ohr kleiner tipp nicht in das loch in der mittel springen recht ja ich bin hier kommen Zum Glück sind die relativ low. Die sind immer so schnell. Das war's. Das war's. 15, oh nein. Ey, sind noch welche? Ja, hier vereinzelt immer mal einer noch. Achso, okay. Oh Gott. Alter Verwalter. Kann man, kann man die nicht echt irgendwie nach, sortieren nach Punkte, sortieren nach Hersteller, sortieren nach Typ? Waffen kann man nicht nach Preis sortieren, ne? Nö. Nope. Das wäre ja auch sinnig. Das ist doch mal echt doof. Oh. Was? Nichts? Hm? Ach komm schon. Hey, ich hab dich in die Faschisten im Alihon Basis reingebracht. Wo bleibt die Party? Drück einfach die Party-Taste. Kuh, glaub ich. Kuh. Hier sind wieder Informationen. Okay, habt ihr schon alles abgesucht, ne? Wie bitte? Habt ihr alles abgesucht, ne? Na ja, wir sind jetzt hier, äh, da wo, wo es, also bei der eigenen Quest weitergeht. Achso, hier sind da sauviele Kisten überall. Das sind ja nur Munitionskisten. Naja, schon auch. Aber die brauchen wir ja auch. Ja, ja. Klar. Deswegen ist gut, dass du die aufmachst, Erik. Wir teilen uns das ja hier. Oh, meine Munitionskisten ist voll, ja. Ja, okay. Gern geschehen. Alles gut. Erik? Ja? Brauchst du noch was? Hier, guck mal. Ja? Fang! Tobi, spring doch mal hier rein, bitte, ja? Erik, ich bräuchte Granaten. Nee. Kannst du noch ein paar Kisten suchen, bitte? So, die sind jetzt alle offen hier. Hier ist Gesundheit, wenn du brauchst. Du hast wieder, Tobi. Hm? Ah, perfekt. Ich hab Granaten eingesammelt, du hast wieder. Ja, nice. Ah, hier oben waren noch Kisten. Oh, cool. Los! Her damit! Hm. Ja. Oh, gesperrt. Schade. Aber warum ist das gesperrt? So, okay. Müssen wir jetzt in dieses Arschloch da reinspringen, oder was? Hier, 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 hier. Ach so. Ach, er doch. Anscheinend hat mein Agent endlich gesungen. Sieh in dem Spind nach. Vielleicht sind die Infos noch da. Okay. Hey, was soll das? Scheiße, Alarm. Neutralisier diesen Mistkerl. Ausquetscher. Ausquetscher. Ja, Ausquetscher. Oh, oh, äh. Oh, da. Oh, da kommt er her. Oh, da kommt er her. Oh, wer das? Hä? Oh, der ist. Wow. Eindruckend. Wo war der her? Ich würde meinen Arsch darauf verwenden, dass das der Schlüssel zum Spind ist. Der Spindschlüssel ist der Schlüssel zum Spind. Ich glaub, der spinnt. So. Nach dem Krieg werden die KDK die folgenden Bezirke kontrollieren. Seaport, Mercutio und den Gartenbezirk. Du hast den Atlas-Widerstand unterschätzt. Wir wollen sofort noch 1000 Dropships. 1000. Und eure idiotischen Anhänger sollen sie dann fliegen? Ich bin noch geschockt, dass sie überhaupt ihre Daumen benutzen können. Das ist übrigens auch einer ihrer Lieblings-Snacks. Gute Arbeit. Mach weiter. Was ist denn da unten bloß drin? Kann man da nicht reinspringen? Ich weiß es nicht. Soll ich mal? Kann ich reinspringen? Ich spring rein. Jo. Oh. Oh nice. Oh. Gegner, Gegner. Fliegende. Widerliche. Ich bin kaputt. Bleib liegen, Lusche. Ein nämlich ein bisschen an Portal. Portal und ein bisschen Destiny. Uh, noch mehr. Ja. Autsch. Ein willkommener Anblick. Okay, wo geht's hier hoch? Da? Ich muss die jetzt mitnehmen. Das ist leider doof. Ah, hier. Toilette hier unten, toll. Dankeschön. So, flump. Ich mach wieder Kissen, ja? Wenn's für euch okay ist. Finde ich gut, Derek. Finde ich gut, Derek. Alles klar, super. Ich glaub, wir müssen auch hin. Ja, ist gut, dass hier oben. Okay, da hinten schon alles abgeräumt. Cool. Kann man ja rein? Platzieren, ah ja. Ganz klar. Jeder Kammerjäger. Viperlaufwerk. Hinter uns. Oh, moderner Schrott. Jetzt stirb bitte. Scheiße. Wenn ich da unten wäre, wäre diese Tür sowas von heck. Das meinte ich mit hinter uns. Moment, Moment, Moment. Ich hab ne Idee. Ich hab mich gar nicht gehört. Ah, okay. wo 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 Ja, ist mir grad aufgefallen. Vorbote. Na, na? Gut. Äh, mach kein Auge. Machst du Auge, ihr Regen? Ne, mach kein Auge. Okay, Weiberlaufer geht ja nicht so wirklich hin, ne? Aber wie kommen wir denn da rein? Oh, wie geht da was nehmen, ne? Nö. Okay. Vielleicht müssen wir ein verstecktes Loch finden. Ne, ne, wir müssen jetzt so ein Augenbot für Reese finden, der ihm gefällt. Achso. Achso, ein von diesen komischen Dingern, die hier rumliegen. Wahrscheinlich unten auf dem Boden, der, ne? Ja, der große hier. Da hinten ist noch einer. Der ist ja ein bisschen versteckt, der sieht auch klein aus. Ich hab... Riiiis! Setzt das Weiberlaufer ein! Doppel. Warte. Da, 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 da. Drin! Wow! Anti-Schwerkraft-Antrieb! Komfort-Ausstattung? Oh, äh, und die Stimme klingt auch gut, oder? Nicht irgendwie... verändert? Konzentration, Reese! Konzentration! Ach, haha, danke! Ich denke, ich krieg das in den Griff! Der sieht voll gut aus! Für die Akten, das hier ist keine Sonde! Nenn mich bloß nicht Reese-Sonde oder so! Nenn mich Reese-Sphäre! Wow! Nüchter Zungenbrecher! Reese-Se... Reese... Haut! Jetzt hab ich mir auf die Zunge gebissen! Nenn mich... Reese-Bällchen! Wir müssen nichts darauf halten und dein Kuschel mit besorgen! Na, Reißbällchen! Mhm! Mit dem Herzchen an der Seite? Mhm! Geschlafen! Sehr gut! Hier lang geht's zum Kontrollrauben! Ach, scheiße! Das ist ne... Vergnügungssphäre und keine Killersphäre! Cool! Gleitmittel... Musikprotokolle... ...und eine atmosphärische Beleuchtung! Du musst dich um diese Truppen kümmern, Kammerjäger! Achtung, neue Mariwan-Mitarbeiter! Jeder, der mir einen toten Kammerjäger bringt, bekommt eine Zwei-Stunden-Karte für die Sonara! Sie ist gerade im Orbit! Und dort gibt es einen Kunden mit 25 Nacho-Käsesorten, Passagen mit Scandal und... Private Kammern mit unseren Service-Boards! Das alles ganz ohne Fragen! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das ist dafür, dass du mir meine Hälfte in der Kümmer gestohlen hast, Leon! Dann lässt er den Tunnel mit einer Granate einstürzt! Wenn man berühmt ist, gibt es immer irgendein Arschloch, das einen für Geld umnieten will! Es hat etwas gedauert, aber irgendwann fand ich raus! Aslan war in der Bar und hat meinen Tod gefeiert! Ich hab dem Idioten die Schlüssel von seinem Chef geklaut und bin ab damit! Ah! Genau das hab ich gebraucht! Ah! Ups! Das ist sowieso auf Robi schießen! Das ist schon okay! Der nächste bitte! Du magst es ja auch! Jaja, das ist schon mal... Oh! Wie viel Waffen lässt denn der fallen? Oh! Das ist ein Banner-Soldat! Cool! War ne gute Idee! Der war gleich gewesen! Tschau! Geschichte! Oh Gott! Noch mehr grüne Waffen! Du hast den Spaß! Geht! Willkommen zu uns! Ist das oben? Ist das oben? Ist das oben? Boah! Ich seh halt gar nichts mehr! Ich steh in Tobi drin! Ich bin hier drin! Ja ja! Und Tobi ist eigentlich so ein Koloss! Du siehst nichts mehr! Ja! Jetzt hab ich schon öfter gehört! Okay, ich glaub das war's! Und wer hat diesen Clash-Ribble Start-Hilfe für ein Generator genutzt? Was hat der Volk getan, um so viel Hierarchie zu erzeugen? Eine Bibliothek sämtlicher Dubstep-Songs im ganzen Universum? Aber sie haben mir gesagt, es gebe nur einen! Ich hab das Gefühl, wir müssen später noch gegen Claptraps Freundin antreten! Die ein bisschen imber sein wird! Ach, weil wir die so zusammenbauen? Jaja, mit nur den feinsten Sachen quasi, bestimmt überstark sein, oder? Uh, das kann gut sein! Ich würd auch gegen Claptraps antreten, so ist nicht! Hallo! Ich bin Zero! Du wirst diese Attentate für mich ausführen! Einfach nicht würdig, um den Thron einzunehmen! Schick sie ins Garp! Nebenquests, oder was? Ja, ich hab hier irgendwas! Handsome Jacky hab ich! Ah, okay! Komm sofort! Wollte nur ganz kurz Waffen vergleichen! Jetzt hat die auch noch eine Sphäre! Ach, geht's schon los! Ja, ja, ja! Ich bin hier einfach wieder angebiegt gegangen und da... Also, alles wie immer! Ja, ja! Okay, warte! Bis ich ankomme, schon ist alles vorbei! Boah! Das tut sogar nicht! Bist du tot? Warte, ich helf dich! Dankeschön! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Was? 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 Was hat... Was hat Bubi gesagt? Das kennst du nicht! Alter, Handsome Jacky! Bleib mal locker! Boah, was die aushält! Ja, echt mal! Das nicht! Wird sich... Hier ist Handsome Jacky! Mit 200 Mio! Mit 400 Mio! Für 10! So, Schluss! So, Jacky! Luftnummer durch und durch! Wir sehen uns Mädel! Luftnummer durch und durch! Ach du Scheiße! Warten! Gegenstände? Ja! Bei mir hätte die Folge gar nichts fallen lassen irgendwie! Nee! Nee! Ich brauch echt mehr Inventarplatz langsam! Das Inventar Upgraden ist halt so schweineteuer, ne? Ja, ja! Das ist echt krass! Bau doch Kaffee an, Erik! Ja, aber dann musste ich den ja malen vorher! Sonst krieg ich Stress! Habt ihr gehört? Hier drüben war der Code! Was? Ja! Wichtige Info war das gerade! Oh! Ja! Platz! Sehr gut! War da oben noch irgendwas? Nee! Nee! Leider nicht! Nee! Schade! Gibt's halt immer was zu tun die ganze Zeit! Jaja! Das wird nicht langweilig hier! Ich find's ganz gut, wenn man mit schweren Waffen auch langsamer läuft! Ja! Und manchmal find ich's verwirrend! Ja! Gehen wir in nächste Folge da rein oder was machen wir? Oder? Ja! Würde ich sagen, ne? Control Room! Ja, nice! Folge Riesbärchen! Tschüss Riesbärchen! Ja, dann folgen wir in der nächsten Folge! Das machen wir mal! Nächste Folge geht's weiter bei Control Room! Cool! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zur nächsten Folge! Tschüss! Tschüss!